Moin Moin und willkommen bei Custom Legends, euer Gaming und Unterhaltungskanal. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema IRL Streaming und wie baue ich mein eigenes IRL Setup auf und ich habe mich in den letzten Monaten und Wochen intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ich hatte einige Bedingungen an dieses Setup, da ja in der letzten Zeit bei immer mehr Menschen das Bedürfnis nach IRL Streaming besteht, habe ich mir gedacht, mache ich ein kleines oder ein etwas intensiveres Guide dazu. Das ist kein Tutorial, das ist nur ein Guide, wo euch alles mal nähergebracht wird. Ein Tutorial würde den Rahmen absolut sprengen. Das wäre viel zu viel. Ich kann über alles einmal mit euch sprechen und das anschneiden, wie gewisse Dinge im Detail funktionieren. Da könnt ihr euch bei sehr sehr guten Tutorials, die auf YouTube existieren, schon schlau machen oder einfach auf unseren Discord Server kommen für weitere Fragen. Ich stehe euch sehr sehr gerne für alle eure Fragen zur Seite und helfe euch sehr sehr gerne dieses Setup zu verstehen und aufzubauen. Also ich hatte einige Bedingungen an dieses Setup und zwar mir ging es dabei um folgendes. Ich wollte ein Setup haben, das nicht irgendwie mit dem Handy auf einfachste Weise funktioniert. Wenn ihr irgendwie ein Setup sucht, wo ihr auf günstigste Art und Weise mit eurem Handy auf einfachste Art und Weise streamen könnt, ihr Streaming machen könnt, dann findet ihr sehr viele Tutorials dazu, wie ihr das mit gewissen Apps, wie mit Twitch selber oder anderen Apps, so wie Stream Elements oder Streamlabs machen könnt. Und damit werde ich mich nicht beschäftigen, weil für mich kommt das absolut überhaupt nicht in Frage, aufgrund gewisser Qualitätsmängel. Wenn ihr mit dem Handy streamt, werdet ihr immer mit RTMP streamen. Das bedeutet, dass wenn ihr eine schlechte Internetverbindung habt, dann werdet ihr kein flüssiges Bild haben. Das wird verpixelt dargestellt, weil halt einfach die Bitrate, mit der Bild und Ton übertragen wird, nicht hoch genug sind. Und unter anderem ist das Protokoll RTMP nicht fürs IRL Streaming geeignet. Mit RTMP könnt ihr YouTube Videos gucken oder andere Sachen, das ist da in dem Falle in Ordnung. Aber IRL Streaming, das ist Katastrophe. Weil, ohne das jetzt groß zu erklären, bei RTMP, bei dem Streaming-Protokoll ist es einfach so, dass die Latenz, die Zeit, die die Geräte brauchen, um miteinander zu kommunizieren, viel zu hoch ist und deswegen, dass meistens eigentlich gar nicht gegeben ist, dass ihr ein flüssiges Bild habt, das nicht verpixelt dargestellt wird. Wenn ihr euch in Bewegung befindet, wenn ihr eine wechselnde Bitrate habt und dementsprechend diese Bitrate auch mal in einen Bereich fällt, wo es zu niedrig ist und es nicht ausreicht, dass Bild und Ton vollständig übertragen werden können. Wenn ihr euch an einem Standort befindet, wo ihr beispielsweise in einem Café euch hinsetzt und einen Hotspot habt und da einfach die Kamera anmacht, dann mag das mit dem Handy vielleicht wunderbar funktionieren, mag auch ein stabiles Bild geben. Wenn ihr jetzt aber mit dem Fahrrad im Wald unterwegs seid, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Und da große IAL-Streamer einen Vorteil haben, den wir uns alle nicht leisten können, war meine Bedingungen einfach an dieses IAL-Streaming-Setup, dass es dieselben Qualitätsmerkmale hat wie die großen Profi-Streamer, dass man in bester Qualität streamen kann. Und was machen die großen Profi-Streamer? Wie streamen die großen Profi-Streamer? Ich zeige euch das. Also, die großen Profi-Streamer holen sich ein Gerät, das nennt sich Live-View-Solo. Dieses Gerät, das kann mehrere Dinge. Also, unter anderem ist es mit diesem Gerät möglich, von überall aus zu streamen. Von überall aus. Überall auf der Welt. Dieses Gerät macht mehrere Dinge. Und zwar, unter anderem macht es LRT, nutzt es LRT. Das ist ein Protokoll, womit mehrere Internetverbindungen zusammengebunden werden zu einer starken Internetverbindung. Wie ihr das hier auf diesem Bild schon sehen könnt, sind hier zum Beispiel zwei Verbindungen über LTE, eine über WLAN und eine über Ethernet gewählt worden. Und diese werden dann zusammengebunden zu einer starken Verbindung. Hier sind zwei USB-Modems an dem Gerät angeschlossen und wo da liegen SIM-Karten drin. Und mit diesen zwei SIM-Karten kann das Gerät sich ins Internet anwählen und mit einer WLAN-Verbindung, das heißt, wenn ihr irgendwo eine Hotspot-Verbindung habt, von einem Café oder von einem irgendeinem anderen auffälligen Punkt oder irgendwo ins WLAN-Netzwerk rein könnt, dann kann das zudem noch die dritte Verbindung dazu nehmen. Und es kann, wenn ihr die Möglichkeit beispielsweise habt, auswärts und ihr seid an einem Standort, wo ihr ein Ethernet-Kabel verbinden könnt, könnt ihr euch da mit einem Kabel verbinden und habt durch diese verschiedene Art und Weise die Möglichkeit, eure Daten über das Internet zu übertragen. Das Gerät gibt es in drei Ausfertigungen. Ihr könnt es kaufen mit vier möglichen Internet-Schnittstellen oder mit sechs möglichen Internet-Schnittstellen. Und das Gerät kostet, kriegt ihr ab 830 Euro. Wenn ihr das Gerät jetzt woanders kauft, zum Beispiel auf Amazon, dann liegt das schon Ganze bei 970 Euro. Das Gerät kostet an sich ein Taui, kann man so sagen. Dieses Gerät kann dann eure Kamera, die ihr da per HDMI angeschlossen habt. Ihr seht, dass ihr hier einen HDMI-Ausgang habt und da könnt ihr jede HDMI-Kamera einfach direkt an das Gerät anschließen und damit dann euren Stream ins Internet übertragen und machen. So, jetzt ist es so, dass ihr ja dieses Gerät ja nicht einzeln nur so verwenden könnt. Ihr müsst für dieses Protokoll, für dieses LRT hier, müsst ihr eine jährliche Gebühr bezahlen. Diese jährliche Gebühr liegt bei 474 Euro. Also knappe 500 Euro kann man sagen. Das bezahlt ihr jährlich, damit diese Internet-Verbindungen zusammengebunden werden. Dazu kommt aber noch, ihr müsst ein Hosting-Service beantragen. Also das heißt, zu dieser jährlichen Gebühr von 500 Euro kommen noch monatliche Gebühren. Von aktuell kann ich gerade nur auf der Internetseite sehen, von 110 Euro. Da könnt ihr dann mit unlimitiertem Datenvolumen 1080p, 60 Frames die Sekunde übertragen. Ihr müsst aber dazu noch die Gerätschaften wie USB-Modems und so einkaufen. Weil hier nicht alles dabei ist. Ihr habt hier so einen kleinen Gunrun-Backup. Da ist ein Action-Cam mit dabei, ein Live-View-Solo ist mit dabei. Dann kostet das Ganze aber schon 2500 Euro. Und wie gesagt, die 500 Euro und 110 Euro kommen dann noch dazu. Und ihr müsstet euch noch eine SIM-Karte, wenn ihr zum Beispiel einfach mal so zu den teuersten 3 in Deutschland hingeht. Bei Telekom würdet ihr 85 Euro im Monat bezahlen, bei Vodafone 80 Euro und bei O2 würdet ihr ganze 60 Euro im Monat bezahlen, damit ihr ein unbegrenztes Datenvolumen habt. Und beispielsweise, wenn ihr schon zwei gleichzeitig bucht, dann ja, das sind Kosten, die übersteigen eigentlich jegliches Niveau und jegliche Vernunft, um hierfür irgendwie, sag ich mal, ins Livestreaming zu gehen. Die meisten Menschen wird das so nicht in Frage kommen. Und viele suchen nach einer günstigeren Lösung, die aber auch eine gute Qualität liefert. Und da kommt einfach Folgendes im Spiel. Da kommt dieses schöne Ding hier ins Spiel. Das ist der Jetson Nano. Das ist ein kleiner Minicomputer von Nvidia. Den gibt es in zweifacher Ausfertigung. Einmal in der 4 GB Version. Also damit ist gemeint, der Arbeitsspeicher und nicht der Speicher des Betriebssystems, des Datenspeichers, sondern einfach nur der Arbeitsspeicher. Es gibt den einmal mit 4 GB und einmal mit 2 GB und da gibt es Unterschiede in den Anschlüssen. Und das werden wir hier jetzt mal umsetzen. Also dieser kleine Minicomputer von Nvidia, der kann euer Bild und Ton ins Internet übertragen. Und gleichzeitig kann er mehrere verschiedene Internetverbindungen zusammenbinden. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus, dass ihr bei dem die Möglichkeit habt, bei dem Modell mit 2 GB, 4 Verbindungen gleichzeitig herzustellen. Bei dem Modell mit 4 GB, sage ich euch ganz deutlich, ist es sehr schwer, das Ding mit Strom zu betreiben. Ihr braucht eine sehr starke, qualitative Powerbank. Ihr braucht ein sehr gutes, dickadriges Kabel, damit die Voltzahl stabil geliefert werden kann. Und ihr braucht eventuell auch, wenn ihr keine Powerbank finden könnt, mit der das so funktioniert oder nicht bereit seid, eine so teure Powerbank zu kaufen, einen PD-Trigger, damit der Jetson Nano mit genug Strom beliefert werden kann. Bei meinen Testungen habe ich das herausgefunden. Es war ein bisschen schwierig, das herauszufinden. Also ich bin nicht der Erfinder dieser Box. Der Erfinder dieser Box nennt diese Box Bela Box. Und der hat dann ein eigenes Betriebssystem für den Jetson Nano auf Linux basiert geschrieben. Was nur für die zuständigen Aufgaben da ist, das Bild dementsprechend ins Internet zu übertragen und diese Internetverbindungen zusammenzubinden. Ich habe mich in den letzten Wochen mit dem Tutorial des Stellers befasst und auch einige Mängel feststellen müssen. Leider ist es ein bisschen schwierig, das Tutorial, was er auf YouTube veröffentlicht hat, zu verstehen, weil er sehr krass am Nuscheln ist und auch ein bisschen am Lispeln. Das ist jetzt No Front, das soll kein Vorwurf gegen ihn sein, aber es ist halt sehr, sehr schwer für jemanden, der nicht englischsprachig ist, sein Tutorial zu verstehen. Ich konnte eigentlich nur, indem ich den Untertitel angemacht habe, wirklich verstehen, was er sagt. Er zeigt dann nicht so wirklich Details, womit ich mich ein bisschen mehr verpasst habe und weswegen ich auch dieses Guide gemacht habe. Das 2 GB Modell, das zeige ich euch einmal hier, das hat, wie ihr sehen könnt, einen USB-C Anschluss. Und das wird damit mit Power betrieben und das funktioniert auch problemlos und ihr werdet hiermit keine Probleme haben, das in irgendeiner Form mit Punkt zu betreiben. Da sowieso das Ganze über die, also ich habe hier ein Gehäuse für den Jetson Nano gewählt, welches ein bisschen größer ist, damit ein USB-Hub in dem Gehäuse mit untergebracht werden kann. Ich wollte es nicht, dass das so ist, dass dieses blaue USB-Hub, was ihr jetzt hier seitlich sehen könnt, was ihr hier so sehen könnt. Ich wollte nicht, dass dieses Hub außerhalb des Gehäuses noch mit absteht und dass, wenn man das jetzt im Rucksack dran hat, dass dieses Hub noch weiter mit dann und da noch etliches Gedöns dran hat, das stört mich. Ich möchte das Ganze in einer kleinen, kompakten Box haben, so klein und schmal wie möglich, weil ich muss das Ganze ja im Rucksack mitnehmen. Und das Ganze soll auch noch belüftet sein und dafür ist dieser Lüfter zuständig, der wirklich Overkill ist, gerade im Rucksack. Also wirklich neat. Also ohne den geht eigentlich gar nicht. Wie ihr hier sehen könnt, fragt das Kabel mal ein bisschen zur Seite, habt ihr hier einen Ethernet-Anschluss. Und damit könnt ihr, wenn ihr irgendwo fest an einem Standort seid, direkt ein Ethernet-Kabel anschließen und den Jetson Nano so dem Internet verbinden. Dann gibt es hier noch zwei USB 2.0-Anschlüsse. In einem davon ist das USB-Hub angeschlossen und der eine ist frei, weil ich den nicht brauche. Und dann haben wir hier noch einen USB 3.0-Anschluss. Ich habe hier ein kleines Kabel, das über Eck geht, genommen, um das nach innen zu verlegen und so auf diese Seite zu legen, weil ich hier, wie ihr das jetzt sehen könnt, dann die Elgato Cam Link mit USB 3.0 verbinde. Ich habe meine Elgato Cam Link gerade mit einem anderen Modell, da werde ich euch jetzt gleich zeigen, wie das aussieht. Denn ich wollte auch nicht, dass die Elgato Cam Link hier auch nochmal absteht. Ich wollte ganz einfach hier ein HDMI-Kabel reinstecken, hier meine USB-Modems reinstecken und gut soll das Ganze auch sein. Das größere Modell, das 4 GB Modell, ich zeige euch das. Hier habe ich dann natürlich auch das USB-Hub an der Seite angeschlossen und mit ins Gehäuse verbaut. Das 4 GB Modell hat aber auch noch hier, wie ihr sehen könnt, ich zeige euch das auch nochmal so, zwei riesige WLAN-Antennen da dran. Und hier ist eine PCI-Express-Karte, das kann man nicht sehen. Also das kann ich euch hier mal zeigen. Und zwar hier ist zwischen diesen beiden dickeren Platten hinter der SD-Karte, die ihr hier vorne sehen könnt, ist eine PCI-Express-WLAN-Karte. Da gehen zwei Kabel von ab zu diesen Antennen und ich könnte theoretisch größere, kleinere Antennen anschließen. Das wäre kein Problem, ich kann die hier vorne abdrehen und habe hier hinten dann die Elgato Cam Link verbaut ins Gehäuse, wie ihr sehen könnt. Die ist hier einfach an der Seite und damit kann ich dann hier einfach ein HDMI-Kabel anstecken. Und so wie ihr sehen könnt, hat das 4 GB Modell keinen USB-C Anschluss, sondern nur einen Powerjack-Anschluss. Dieser Powerjack-Anschluss, das ist ein Anschluss, der ist 5,5 mm breit und 2,1 mm tief. Und es ist sehr, sehr, sehr schwierig, dieses Modell mit Strom zu betreiben. Ich werde euch nachher Kabel verlinken, mit der das möglich ist. Ich musste sehr, sehr lange suchen, sehr viel über um experimentieren und in allen Foren einschließlich der Foren, die sich eigentlich dafür ausgewiesen hatten, da helfen zu können, konnte auch keine klare Antwort darauf gebildet werden. Was ich irgendwie ein bisschen schade finde, weil da haben sich wohl mehrere Leute mehrere Jahre auch befasst mit und irgendwie wollen die da keine klare Antwort geben. Ich denke mir da, so wie mir das jetzt begegnet ist, ist das in den Foren absolut kindisch. Und deswegen, ja, hatte ich mich auch entschlossen, da selber so ein kleines Guide zuzumachen. Und wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier ein paar mehr USB-Eingänge. Wir haben insgesamt 4,3.0 USB-Eingänge. An einem habe ich meine Hub angeschlossen, zwei sind frei und an dem anderen habe ich hier meine Elgato Cam Link angeschlossen, über das Kabel, das nach innen verläuft und hier dann wieder an der Seite meine Elgato Cam Link dann anschließbar ist. Das Ganze hier ist das magische Ding. Das ist ein PD-Trigger, der in der Lage ist, mit verschiedenen Voltzahlen euer Gerät zu laden. Ihr könnt hier einstellen 5, 9, 12, 15 Volt oder 20 Volt, wenn das Ganze, also euer Gerät, was hier angeschlossen ist, das auch hergibt. Und ihr könnt mit zwei Wegen hier Strom zuführen, indem ihr per USB-C ein Kabel anschließt. Ihr habt hier einen weiblichen USB-C Anschluss oder indem ihr es mit USB-C direkt an das Endgerät anschließt, an eine Powerbank oder an einen Wallcharger, je nachdem. Und ihr könnt dann per USB-A sämtliche Geräte hier anschließen. Bei diesem PD-Trigger kommt noch ein wertiges Powerjack, Barreljack-Kabel dazu. Das ist ein sehr, sehr dickadriges Kabel, das auch in der Lage ist, den Jetson Nano zu bepowern. Da ich das Ganze hier jetzt so nicht offen im Rucksack mitnehmen möchte, habe ich mir das Ganze eingebaut in eine Elgato Cam Link, also in eine leere Elgato Cam Link-Hülle. Hier war mal eine defekte Elgato Cam Link drin, die habe ich auch herausgeholt und diesen PD-Trigger dann einfach hier eingebaut. Der liegt so da drin. Und ich kann hier noch die Knöpfe drücken, um das zu wechseln, wenn ich es möchte und sehe, während das Gerät am Laufen ist, die aktuelle Voltzahl und die aktuelle Ampelzahl immer wieder mal angezeigt. Und kann die dann ablesen und sicher geben, dass das Gerät mit dem korrekten Strom versorgt wird. Das ist so ein ziemlich stabiles Gehäuse, das kann nicht eingedrückt werden oder so, da könnt ihr richtig Kraft aufbringen. Ihr könnt es an der Seite hier ganz leicht hier mit so einem Pin öffnen und wieder herausholen. Und dieser PD-Trigger kostet auch keine 10 Euro, also von daher alles im Rahmen. Das Geile an dem Ding ist halt wirklich, dass es mehrere Internetverbindungen gleichzeitig zusammenbindet, sodass ihr wirklich hingehen könnt. Und dann ein zweites und drittes USB-Modem, das ihr daran anschließen könnt. Und dann könnt ihr sehen, habt ihr einfach in einer kleinen, kompakten Box, jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, hier noch Verlegerungskabeln anschließen. Aber auf diese Art und Weise ist das jetzt die kompakteste Art und Weise, so ein Live-View Solo zu ersetzen mit einem Jetson Nano. Und ich würde mal fast behaupten, das Ding ist besser als das Live-View Solo, weil es unter anderem fünf Verbindungen ins Internet zusammenbinden kann. Und das anstatt für den Preis von, sage ich mal, Taui für das Gerät alleine. Von den anderen Kosten wollen wir gar nicht erst anfangen, dass sie astronomisch hoch sind, das ist klar. Jetson Nano kostet eigentlich nur 140 Euro in der 4 GB Version. Bei der 2 GB Version eigentlich nur 70 Euro. Aber aufgrund von Chipmangel und aufgrund von Problemen mit den Chips, gibt es zur Zeit die Jetson Nano nur in überhöhten Preisen. Und da zahlt ihr für das 2 GB Modell schon 200 Euro neu auf Amazon. So sieht das Ganze aus. Aber es ist trotzdem allemal günstiger mit den 200 Euro als dieses Live-View Solo Gerät. Vor allen Dingen müsst ihr hierfür keine jährlichen Wartungsgebühren bezahlen von 500 Euro circa und auch keine 110 Euro für ein Streaming-Hosting-Service. Was ihr hier bezahlen müsst momentan ist 10 Euro im Monat für den Bela-Box-Cloud-Service. Der Ersteller dieser Box macht es momentan so, dass er einen abhängig macht von einem Zahlungsabonnement von 10 Euro im Monat. Und damit man diese Box nutzen kann, muss man da auf seiner GitHub-Seite ein Abo abschließen und das kann man monatlich kündigen. Aber man muss es halt monatlich zahlen und sonst kann man diesen Service nicht nutzen. Und diese Funktionsweise. Ich habe aber gehört von Leuten in Foren, dass es wohl möglich ist, sich selber irgendwie so einen SRTL, ich habe da keine Ahnung von, Server aufzubauen. Und so dass man diese 10 Euro Cloud-Gebühr da für seinen Service nicht bezahlen muss. Und dass man diese Box auch ohne diese 10 Euro bezahlen nutzen kann. Ich kenne mich da aber nicht in der Form aus und hatte bisher noch nicht die Zeit, mich darüber schlau zu machen, weil das ist nun mal auch ein großes Thema für sich. Und falls da sich gerade jemand, der dieses Video sieht, mit auskennt und mir da ein paar Tipps geben kann, der würde sich gerne, gerne bei mir melden. Was kann diese Box noch besonders? Also nicht nur, dass diese Box jetzt einfach mal 4 oder 5 verschiedene Internetverbindungen zusammenbinden kann und die zu einer Superleitung zusammenbindet, kann diese Box für euer Video-Signal, was ihr eingebt, in einen bestimmten Encoder wechseln. Also normalerweise ist das so, jede HDMI-Kamera, die da draußen ist, kann mit einem Encoder aufnehmen, der nennt sich X264. Und dieser Encoder, der verbraucht sehr, 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 sehr viel Datenvolumen. Und es gibt da einen neuen Encoder, der nennt sich X265. Aber die meisten Kameras, sowie auch die neue Kamera, die gerade rausgekommen ist dieses Jahr, die ihr euch da gerade kaufen würdet, wird höchstwahrscheinlich mit dem Encoder X264 und nicht X265 encoden. Dieser Encoder verbraucht sehr, sehr, sehr viele Daten. Und der Encoder X265, der kriegt das hin, bei weniger als die Hälfte der Datenmenge die gleiche Bildqualität zu überliefern. Das heißt, wenn wir jetzt ein Bild von 1080p haben und wir verbrauchen beispielsweise 35 MB die Sekunde, wird das auch weniger als 15 MB die Sekunde reduziert. Und dann kommt noch eine Besonderheit dazu. Ich habe gerade was davon gesprochen, von RTMP, wenn das Bild so pixelig wird und so. Es gibt ein neues Streaming-Protokoll, das nennt sich SRT. Und dieses Protokoll, das kriegt jetzt viel, viel besser hin, Bild- und Audio-Material schneller zu übertragen. Und er hat durch die Art und Weise, wie das aufgebaut ist, einen viel, viel besseren Ping und kann viel, viel schneller zwischen den Geräten hin und her kommunizieren. Das bedeutet, dass das eine massive Voraussetzung ist und ein massiver Vorteil in Sachen Streaming, um ein gutes Bild zu liefern, das nicht kräuselig wird, das nicht zusammenpixelt. Zudem kommt es hinzu, dass das Streaming-Protokoll SRT noch mal weniger Datenverbrauch. Also es werden von diesen 15 MBits noch mal weniger und ihr kommt auf das Nonplusultra, was ihr in dem Bereich eigentlich nutzen könnt. Ihr könnt, wenn es um Sachen Livestreaming geht, nichts Besseres machen, als mit dem Encoder 356 und mit dem Protokoll SRT zu streamen. Wer sich da jetzt im Einzelnen noch schlau machen möchte, was das Ganze bedeutet, kann sich das gerne tun. Deswegen sagte ich, ja, das ist nur ein Guide und eine Erklärung zu dieser ganzen Sache und kein exaktes Pletorium. Jetzt sieht das Ganze so aus, ihr braucht diese Box, ihr braucht dann die LTE-Router dazu, diese LTE-USB-Modem-Router, die kosten ungefähr 40 bis 60, 70 Euro, je nachdem, welches Modell ihr euch da kauft. Und dazu braucht ihr noch eine Kamera. Ich in meinem Pfeiler nutze eine GoPro Hero 10 und ihr könnt jede andere Kamera benutzen, die ihr möchtet. Hauptsache, diese Kamera kann ihr Bild über HDMI rausgeben, sodass ihr in der Lage seid, über ein HDMI-Kabel das Ganze in die Elgato Cam Link einzuführen. Das Ganze sieht so aus, wenn ihr die Bela-Box gestartet habt und das Betriebssystem auf der Bela-Box installiert habt, dann könnt ihr die Bela-Box über den Cloud-Service, über den Remote-Service erreichen. Das heißt, ihr meldet euch einfach nur über den Cloud-Service an, tragt dann da bestimmte Daten. Es gibt hier zwei Keys, die eingetragen werden, ein und schon könnt ihr das von überall aus, von eurem Handy, von eurem Desktop aussteuern. Ihr braucht wirklich nur die Internetadresse von der Bela-Box Cloud eingeben, euch mit eurem Account-Daten anmelden und schon könnt ihr dann unter Bela-Box Remotes auf eure Bela-Box zugreifen. Was wir jetzt machen müssen, um den Jetson Nano in Betrieb zu nehmen, ist, erstmal mit der Software Berliner Etcher das Image für den Jetson Nano draufflaschen. In meinem Paket zu dem IRL-Setup findet ihr das Image sowohl zum 2 GB als auch zum 4 GB Image und sowohl als auch die Software Berliner Etcher. Die könnt ihr dann einfach auf eurem PC installieren und wenn ihr das Ganze dann installiert habt, könnt ihr in Berliner Etcher dann ganz einfach auswählen, auf welchem Device ihr das installieren möchtet. Da wählt ihr einfach die SD-Karte aus, das muss mindestens nur eine 4 GB SD-Karte sein, kann auch eine 32 GB sein, je nachdem was ihr da übrig habt. Wenn ihr das dann ausgewählt habt, dann könnt ihr dann das Image auswählen, ihr müsst dann hier auf Select drücken und jetzt könnt ihr auch hier vom Flash vom File drücken. Dann sucht ihr auf eurem PC euer Custom Legends Streaming Setup Pack und dort findet ihr dann das Image, wählt das dann aus und könnt dann hier auf Flash drücken. Dann startet der Flash Vorgang und das Image wird auf die SD-Karte geschrieben, ihr müsst die Meldung, die ihr bekommt, mit Ja bestätigen. Danach startet ein Verifizierungsprozess, wo kontrolliert wird, ob eure SD-Karte, ob das Image alles korrekt drauf geschrieben worden ist und ob das alles vernünftig ist. Wenn das Ganze abgeschlossen ist, könnt ihr eure SD-Karte auch schon in den Jetson Nano stecken. Damit ihr jetzt auf euren Jetson Nano zugreifen könnt, müsst ihr auf euren Router zugreifen. Ihr müsst je nachdem, was ihr da machen müsst, die Seite eures Routers öffnen und dann auf die Seite gehen, wo die aktuellen Geräte, die angeschlossen sind, in eurem Netzwerk gelistet worden sind. Und dann beobachten, welche Geräte, welche IP-Adressen sind das und dann steckt ihr den Jetson Nano an den Strom mit einer LAN-Verbindung. Steckt ihr den Jetson Nano ganz einfach in euren Router und schaltet ihn ein. Wenn ihr den eingeschaltet habt, dann wird der Jetson Nano hier in dieser Liste auftauchen. Und wenn ihr die IP-Adresse für euren Jetson Nano habt, dann könnt ihr diese IP-Adresse ganz einfach, hier unten ist die IP-Adresse jetzt aufgetaucht, kopieren und in der Adresszeile eures Browsers eingeben. Wenn ihr dann die Adresse hier eingegeben habt, erscheint dann die BelaBox Clouds, die BelaBox UI und hier bei dem Benutzerinterface könnt ihr dann, wenn ihr das erste Mal hier seid, ein Passwort vergeben. Ich rate euch, sucht euch da ein vernünftiges Passwort aus, dass ihr euch auch immer merken könnt. Und wenn ihr das Passwort dann vergeben habt, könnt ihr euch bei der BelaBox anmelden. So, wenn ihr jetzt auf der BelaBox angemeldet seid, müsst ihr jetzt nur noch folgendes tun. Ihr müsst euch auf die BelaBox Cloud begeben und momentan ist mir leider kein anderer Weg bekannt. Es soll auch einen anderen Weg geben, wenn da draußen Leute sind, die sich da ein bisschen besser mit auskennen. Bitte, wenn ihr euch da einen Weg kennt, könnt ihr das mir gerne posten. Ich werde das Ganze dann versuchen einzubinden. Aber momentan sieht das so aus, ihr müsst auf die Internetseite cloud.belaBox.net slash login gehen. Und wenn ihr hier auf dieser Internetseite seid, müsst ihr hier auf diesen Link BelaBox Sponsors on GitHub drauf gehen. Und dann kommt ihr auf die GitHub-Seite, wo ihr für 10 Euro, für 10 Dollar hier das monatliche Abonnement auswählen könnt. Ich muss ihn monatlich mit 10 Dollar bezahlen, beziehungsweise 10 Euro. Und hier wählt ihr dann Select, meldet euch hier bei GitHub, weil ihr bei GitHub noch nicht angemeldet seid, an. Und schließt das hier ganz ab, sodass ihr den BelaBox Cloud Service gebucht habt für 10 Dollar. Wenn das Ganze dann fertig ist, könnt ihr dann hier auf Login and Register with GitHub draufklicken. Und hier dann ganz einfach, wenn ihr hier angemeldet seid, könnt ihr dann sehen, dass euer sponsorischen Status, dass das freigestaltet ist, dass ihr den BelaBox Cloud Service nutzen könnt und den SATLA Relay Service auch nutzen könnt. So, wenn das Ganze erledigt ist und ihr euch in der BelaBox Cloud angemeldet habt, müsst ihr jetzt noch eure BelaBox mit der BelaBox Cloud verbinden. Das macht ihr mit der BelaBox Remote. Dafür müsst ihr dann ganz einfach auf BelaBox Remote hier oben links, hier oben in der Mitte klicken und dann seht ihr schon hier BelaBox Remotes und hier geht ihr dann einfach auf Add, um eine BelaBox Remote hinzuzufügen. Dadurch erstellt ihr dann einen Remote Key, den ihr hier dann gleich kopieren könnt, aber wir müssen zuvor noch einen SAT Relay erstellen. Dann gehen wir hier oben auf SAT Relays, klicken hier drauf und klicken dann hier unten links auf Add und fügen ein SAT Relay hinzu. Jetzt, wo wir beides erstellt haben, kopieren wir, gehen wir zurück zur BelaBox Remote und kopieren den Remote Key für die BelaBox. Wenn wir den kopiert haben, greifen wir auf die BelaBox wieder zu und gehen dann hier runter auf System und fügen dann den BelaBox Cloud Remote Key hier ein und klicken dann auf Save, um das Ganze abzuspeichern. Dasselbe machen wir jetzt, jetzt sehen wir hier, dass die BelaBox Cloud Connected ist, dasselbe machen wir jetzt mit dem SAT Relay. Doch zuvor wählen wir noch hier bei der BelaBox Cloud, bei dem BelaBox Remote aus, dass den Encoder, den wir jetzt gerade verknüpft haben, wir hier haben möchten. Hier wählen wir dann den Encoder aus und dann kriegen wir den Encoder hier in der BelaBox Remote angezeigt. Jetzt können wir hier einfach von überall aus auf die BelaBox zugreifen über die BelaBox Cloud.net. Das heißt, wir müssen nicht mit dem Jetson Nano unbedingt mit unserem Handy in einem selben WLAN Netzwerk drin sein und dann die IP-Adresse vom Jetson Nano eingeben, sondern können von jedem Gerät aus, das internetfähig ist, einfach auf die Cloud von der BelaBox zugreifen und damit die BelaBox über die BelaBox Remote Fernsteuer. Jetzt gehen wir auf SAT Relays und kopieren den Link, den Key, den wir hier erstellt haben gerade. Wir können auch für unseren SAT Relay, den wir ausgewählt haben, einen Server auswählen. Wenn ihr in Europa seid, dann ist wahrscheinlich Frankreich der nächste Server für euch. Jetzt braucht ihr nur noch die Adresse hier kopieren, die wählt ihr dann aus, kopiert die Adresse, geht dann zurück auf die BelaBox Remote, geht dann auf SAT LA Settings, fügt hier die Adresse wieder ein. Dann geht ihr auf den Port 5000, kopiert die Nummer 5000, gebt den Port hier ein, dann geht ihr hoch zu eurem Key und kopiert euren Key und fügt den dann auf eurer BelaBox beim SAT Stream Key ein. Ihr geht hier einfach auf SRT Streamit, fügt den Key hier ein und schon war es das Ganze und ihr habt das Ganze eingestellt. Jetzt gibt es noch weitere Feineinstellungen, die ihr machen könnt, um das Ganze direkt einzustellen. Ihr müsst das Ganze ja auch noch in euren OBS einbinden und dafür geht ihr dann auf das SRT Relay, scrollt hier runter, dann seht ihr den Eintrag SRT Watch Settings Summary und hier seht ihr dann den Eintrag OBS Source URL und hier kopiert ihr den Link für OBS. Wenn ihr dann in OBS seid, könnt ihr dann einfach in der Szene, in der ihr dann das Bild haben möchtet, einfach ein weiteres Element für die Szene hinzufügen und hier geht ihr dann einfach auf Media Source hinzufügen, wählt dann einen Namen dafür aus, beispielsweise Stream. Ich habe das in meinem Fall als GoPro benannt und geht dann auf OK und macht den Haken bei lokaler Datei weg und dann fügt ihr den Link hier bei Input ein, kontrolliert noch, dass der Haken bei Restart Playback ausgeschaltet ist und gebt den Link dann hier ein. Ihr könnt hier noch den Reconnect Delay einstellen, das müsst ihr selber für euch mal herausdefinieren, was da für euch wichtig ist, was da ungefähr passt und schon war es das Ganze schon und schon habt ihr schon die Bela Box in eurem OBS eingebunden. Wenn noch keine Kamera in eurer Bela Box vorhanden ist, dann wird nur ein schwarzes Bild übertragen und wenn ihr die Bitrate, die modulare Bitrate freigeschaltet habt, dann seht ihr auch hier oben einen schwarzen Eintrag, womit ihr auch einen weißen Eintrag mit Daten, womit ihr sehen könnt, dass die Bela Box online ist, weil wenn ihr keine Kamera angeschlossen habt, seht ihr normalerweise nur ein schwarzes Bild. Und wenn ihr dann einstellt, auf der Bela Box Cloud, dass ihr den modularen Bitrate, dass das angezeigt wird, dann könnt ihr hier durch diese Textzeile sehen, dass auf jeden Fall der Encoder schon mal online ist und sicher gehen, dass vielleicht irgendwo anders das Problem dran ist. Bei dieser modularen Anzeige könnt ihr aber auch ausstellen, dass diese Zahlen angezeigt werden, also je nachdem, wie ihr das möchtet, könnt ihr das dann einstellen. Hier bekommt ihr dann mehrere Daten angezeigt, unter anderem ist jetzt mein 4 GB Modell mit WLAN angeschlossen und zeigt mir an, ich habe eine WLAN Verbindung. Und wenn ich jetzt ein Ethernet Kabel nehmen würde und das jetzt an der Bela Box anschließen würde, dann würde der von kürzester Zeit diese Verbindung erkennen und dazu addieren. Da warten wir jetzt einen kleinen Moment, bis das Ganze geschehen ist und während der Zeit beschäftigen wir mit den Daten, die hier stehen. Bei dem 4 GB Modell ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr diese Daten hier im Blick habt. Und zwar ist das Wichtigste die Voltzahl, die hier angegeben ist. Die Voltzahl darf auf gar keinen Fall einen bestimmten Wert unterschreiten. Das ist 4,6 Volt und wenn 4,6 Volt unterschritten sind, schaltet sich die Bela Box bzw. der Jetson Nano aus. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, das Ganze mit ausreichend Power zu versorgen. Ich habe leider keine andere Möglichkeit gefunden, den Jetson Nano mit 4 GB anders auf eine stabile Art und Weise mit Strom zu versorgen. Das originale Netzteil kriegt es natürlich hin, aber ihr wollt das Ganze natürlich unterwegs mit einer Powerbank betreiben. Ich betreibe das Ganze hier mit einer Powerbank von Vega, die 30.000 mAh hat und kann diese Powerbank nur empfehlen. Hier ist ein USB-C Kabel an der Seite drin, was hier zu diesem PG Trigger geht. Und von dem PG Trigger aus geht ein, von dem USB-A Anschluss geht ein Powerjack Kabel direkt zum Jetson Nano. Und hier ist über USB-A noch ein Kabel verbunden, welches zu dem, zu der Powerbank, zu dem USB-Hub, Powerbank sag ich schon, USB-Hub geht. Und das ist hier an der Seite vom Jetson Nano angeschlossen, so damit das USB-Hub noch extra eine Stromversorgung hat, sodass der Jetson Nano auch nochmal ausgelastet wird, sodass der nicht zu sehr durch den Powerjack Anschluss komplett alle Geräte mit Strom versorgen muss. Weil das kriegt der nämlich auch so nicht hin. Ihr braucht definitiv einen USB-Hub, welches aktiv mit Strom versorgt ist, um euren Jetson Nano da zu unterstützen. Und hier könnt ihr sehen, dass jetzt in der Zwischenzeit der Jetson Nano mehrere Verbindungen gleichzeitig aufgebaut hat. Insgesamt fünf Stück. Und wenn ich jetzt hier eine Verbindung rausziehen würde, würde das mit natürlich auch sofort anzeigen. Aber auch, wenn ich die Verbindung direkt wieder heranstecke, geht das innerhalb von kürzester Zeit, dass mir das hier auch angezeigt wird. So, wir gehen jetzt hier nochmal auf weitere Einstellungen. Könnt ihr euch mit dem WLAN verbinden und so mit einem Hotspot euch verbinden, wenn ihr irgendwo bei einer Messe seid. Ihr habt hier die Möglichkeit, den Encoder einzustellen. Das heißt 256 und dann dementsprechend 1080p mit 30 Frames oder 27p. Je nachdem, wie ihr das Ganze haben möchtet. Dann habt ihr hier noch... Es ist sehr schwierig zu verstehen. Ich kann euch da auch helfen, das Ganze alles einzustellen. Das ist überhaupt gar kein Thema, wenn ihr da kein Englisch versteht. Und so sieht das Ganze hier aus. Wenn das alles eingestellt ist, könnt ihr dann hier auf Start drücken. Und dann wird das Bild, wenn eine Kamera angeschlossen ist, auf euren PC übertragen. Aber jetzt ist das schön und gut. Wir haben unsere Kamera da, die wir uns ausgesucht haben, die wir toll finden, mit der wir unser Bild und Audio übertragen möchten. Wir haben uns eventuell ein Mikrofon dazu ausgesucht, was wir toll finden. Wir haben jetzt unsere Art und Weise, unseren kleinen Mini-PC, der auf beste Art und Weise unser Bild und Audio ins Internet überträgt. Jetzt brauchen wir aber noch zu Hause unseren Heimrechner, der mit OBS läuft und eingerichtet ist. Und da müsst ihr auch dementsprechend Overlays einstellen. Alles mögliche. Zum Beispiel habe ich jetzt hier die Overlays ganze Zeit ausgeblendet. Aber ich blende sie mal ein. Das ist mein Twitch-Overlay. Und wenn ich gerade in Twitch live bin, dann sind das ganz interessante Informationen, die hier stehen. Zum Beispiel könnt ihr hier meinen Herzschlag gerade sehen. Ich habe das momentan ausgeschaltet. Aber wenn ich das einschalten würde, wenn ich unterwegs bin, könnt ihr meinen Herzschlag da sehen. Die letzten Spenden sehen, die letzten Follower sehen. Ihr könnt sehen, wie viele aktuelle Live-Zuschauer gerade da sind. Und es sind relativ interessante Informationen. So wie es die Möglichkeit gibt, wenn ihr unterwegs seid und mit dem Handy streamt und nur direkt an Twitch streamt, dann ist es so, dass wenn die Verbindung schlecht ist, der Stream beendet wird. Also das heißt, wenn eure Zuschauer gerade euch am Zuschauen sind und das Bild schwarz wird für einen Moment, ist das vielleicht eine Sache. Okay, damit kommen einige zurecht. Die bleiben dann da und gucken weiter. Aber wenn ihr dann nichts eingestellt habt, dann wird innerhalb von kürzester Zeit ein Bild auf Twitch aufkommen, wo ihr so einen Typ seht, der so die Arme über dem Kopf verschränkt hat, so kein Signal steht. Und wenn dann nicht innerhalb von ein paar Sekunden der Stream wieder anfängt, wird der Stream beendet und die eure Zuschauer sind raus. Und viele sind dann gelangweilt, gehen irgendwo anders hin in der Zeit. Ihr guckt und macht und tut, bis euer Stream irgendwie wieder am Laufen ist. Ihr habt die Möglichkeit, dadurch, dass ihr jetzt euer OBS zu Hause nutzt, ein Fallback-Video anzumachen. Also wenn ihr jetzt dieses Service, von dem ich gerade erzählt habe, der 110 Euro kostet, wenn ihr euch den bucht, dann habt ihr das mit dabei. Dann ist da alles automatisch eingestellt. Dann braucht ihr auch keinen Heimrechner zu Hause laufen lassen. Aber in dem Fall, in der günstigeren Variante, habt ihr euren Heimrechner zu Hause, der jetzt, sage ich mal, auch jetzt ins Budget nicht mit eingerechnet wird, weil dann kommen wir irgendwo auch selber raus. Ein Streaming-Rechner kostet auch über 1000 Euro. Da brauchen wir nicht irgendwie drum herum reden. Die Bela-Box, sage ich mal, kostet so komplett aufgesetzt, sage ich mal, wenn ihr für 200 Euro das kleine Modell kauft, dann euch noch ein Gehäuse für 30 Euro, dann noch die Modems, dann kommt ihr auch ungefähr, sage ich mal, je nachdem, was für eine Kamera ihr euch kauft, auf Minimum 650 Euro, die ihr bezahlen müsst, damit ihr da loslegen könnt, wenn ihr euch eine günstige Kamera für 300 Euro ca. kauft. Aber ihr müsst nicht monatliche Gebühren bezahlen, die hoch sind. Ihr müsst schon eure LTE-Verbindungen bezahlen, da kommt ihr nicht drum herum. Genauso wie diese 10 Euro Cloud-Bonding-Services von der Bela-Box momentan. Das ist aber verhältnismäßig viel, viel weniger, als wenn ihr euch dann ein fertiges URL-Backpack habt und live-yo-Solo einrichtet. Und ich zeige euch jetzt einmal kurz, was für ein Video bei mir abgespielt wird, wenn bei mir die Verbindung verloren geht. Da wird nämlich automatisch nur die Szene bei OBS bei mir gewechselt. Das heißt, der Stream geht von meinem Heimrechner, von OBS aus, und mein Heimrechner ist mit Glasfaser am Internet verbunden. Da wird insofern die Glasfaserleitung da nicht gerade komplett streikt, mal genug Bandbreite da sein, um ins Internet zu streamen. Und wenn meine Verbindung an der GoPro weg ist, dann wird folgende Szene abgespielt. Das zeige ich euch erstmal 15, 20 Sekunden lang. Und ihr könnt hier sehen, die Verbindung wird aufgebaut, Custom Legends ist sofort wieder da, und hat so ein cooles Skateboard-Video aktuell gespielt, in der Mitte des Sigi-Grad-Nord-Signal, und so seid ihr, während ich auch eine Verbindung aufbaue, mit einem coolen Skateboard-Video noch entertaint, und seht coole Tricks von Jungs, die wir jetzt hier aufbauen haben. Und, ähm, hört dabei noch eine coole Musik, von GTA San Andreas, so habt ihr das Ganze gut gelöst, und braucht nicht Sorge sein, dass euer Stream abbricht, eure Zuschauer sind entertained, während die Verbindung gerade zusammengebrochen ist, und die Bela-Box kümmert sich eigentlich darum, dass automatisch die Verbindung wieder aufgebaut wird. Das heißt, wenn ihr mit einem Auto oder mit dem Fahrrad irgendwo langfahrt, wo die Verbindung gerade schlecht ist, braucht ihr euch da nicht großartig drum kümmern, das macht die Bela-Box alles automatisch, sobald die Verbindung wieder da ist, läuft es wieder. Aber ich würde euch empfehlen, dem Stream irgendwie im Blick zu haben, dass ihr das monitoren könnt, dass ihr wisst, was gerade abgeht, weil auch die Bela-Box kann abscheißen, und es kann auch gerade mal sein, dass ihr die Bela-Box einmal komplett neu starten müsst, weil manchmal gibt es Error zwischen der Elgato-Cambling und der Bela-Box, und da hilft es wirklich nur, den Strom komplett wegzunehmen, zu warten, bis der Strom aus der Elgato-Cambling raus ist, und dann wieder die Bela-Box mit Strom zu befeuern. Dass ihr jetzt diesen automatischen Szenenwechsel betreiben könnt, dafür braucht ihr eine Software, die nennt sich SRT-Loopy. Die schauen wir uns auch einmal an. Dafür müsst ihr eigentlich nur SRT-Loopy und GitHub bei Google eingeben, und so kommt ihr hier auf diese schöne GitHub-Seite, und da könnt ihr hier das Programm sehen, und hier auch in der Beschreibung lesen, wie ihr das Ganze einstellt, und dazu gibt es noch ein Tutorial. Schaut euch das Tutorial von Spreezy dazu an. Ich kann auch Spreezy und sein Discord-Server nur empfehlen, wenn ihr auf Englisch da direkte Fragen zu haben wollt, wie das Ganze funktioniert. Ihr könnt natürlich auch mich fragen, dann könnt ihr aber auch bei ihnen noch in den Discord-Server gehen. Die waren auf dem Discord-Server immer sehr, sehr freundlich, haben mir immer alle Fragen geduldig beantwortet, die ich hatte, und diese Software macht eigentlich nichts anderes, als dass ihr einstellt, welche Szene hauptsächlich laufen soll. Das wäre jetzt zum Beispiel die GoPro-Kamera-Szene, und wenn da gerade kein Signal ist, soll dieses Vorwerk-Video abgespielt werden, und wenn wieder wie Signal ist, dann wieder automatisch zurückwechseln. Nichts weiter macht dieses Programm, und es läuft im Hintergrund, und es läuft zuverlässig, und es läuft gut. Dann kann ich euch noch folgende App empfehlen, die könnt ihr leider nur auf Android nutzen. Es gibt keine andere Möglichkeit, diese App zu nutzen. Ich habe mir extra ein Android-Handy dazu zugelegt, damit ich diese App nutzen kann, weil es wirklich so Sinn macht, diese App zu nutzen. Ich habe leider auf iPhone keine Möglichkeit gefunden, wie ich das alles auch so in einem Fenster nutzen und steuern konnte. Und was diese App kann, ist folgendes. Sie wählt sich hauptsächlich in euren Twitch-Chat ein. Ihr habt dann hier direkt euren Twitch-Chat, und könnt dann direkt hier drauf schreiben, und seht sämtliche Nachrichten. Das ist erst mal gar nicht schlecht, können aber viele andere Apps auch. Was kann jetzt diese App noch, was andere Apps vielleicht nicht können? Diese App kann, hier könnt ihr das ein- und ausschalten, über diesen Button hier. Jetzt habe ich es eingeschaltet, jetzt ausgeschaltet. Wenn es rot ist, ist es ausgeschaltet. Und dieser Knopf macht folgendes, er liest den ganzen Twitch-Chat vor. Das heißt, ich kann, wenn ich gerade in einer Position bin, wo ich das nicht lesen kann, mir einfach sagen, ich check mir einen Kopfhörer ins Ohr und lasse mir das alles vorlesen. Ich kann hier in die Einstellungen gehen, und den Twitch-Chat einstellen, von der Textgröße her. Ich kann einstellen, wie groß die Emojis sein sollen. Ich kann einstellen, ob Text zu Speech an oder aus ist. Ich kann sogar einstellen, Speaker, Disconnect, Workaround. Das heißt, es gibt so Lautsprecher da draußen, wie jetzt zum Beispiel hier diesen JBL Clip, der läuft 10 Stunden lang und ist spritzwassergeschützt und relativ leicht und lässt sich mit so einem Clip ganz leicht am Brucksack befestigen. Und die haben aber eine Funktion, wenn 5 Minuten kein Sound abgespielt wird, schalten sich diese Dinge aus. Und hier gibt es extra eine Funktion, in diese App eingebaut, dass dieser Lautsprecher halt dementsprechend weiterhin anbleibt und nicht ausgeht. Und das ist ziemlich, ziemlich gut, falls mal 5 Minuten lang irgendwie nichts hier irgendwie drüber abgespielt wird. Warum wollt ihr einen Lautsprecher nutzen? Ja, warum will ich einen Lautsprecher nutzen? Diese App kann auch folgendes. Ich kann hier verschiedene Browserquellen hinzufügen. Und diese App ist zweigeteilt, wie ihr schon sehen könnt. Ich habe hier unten den Twitch Chat und ich kann das jetzt hier einstellen, welche Sache ich gerade hier ein bisschen größer oder kleiner haben möchte. Und ich habe hier oben verschiedene Browserquellen, die ich eingestellt habe, die für mich wichtig sind, um sie bedienen zu können. Ich habe hier einerseits so ein kleines Stream Deck eingebaut. Mit StreamerBot habe ich mir ein virtuelles Stream Deck gebaut und kann hier so wie mit meinem Stream Deck, was ich zu Hause von Elgato habe, auch durch Buttons bestimmte Sachen triggern. Und ich habe hier einen Twitch Monitor, dass ich meinen eigenen Twitch Stream sehen kann, ganz schnell mal überprüfen kann, ob da alles in Ordnung ist. Und dann habe ich Alerts hier. Ja, wie ihr richtig gehört, Alerts hier. Das heißt, wenn ich jetzt mitten im Stream bin und es spendet jemand gerade Geld, dann höre ich meinen eigenen Alert. Weil es ist nämlich so, wenn ihr unterwegs seid, können eure Zuschauer eure Alerts hören, weil die in OBS eingestellt sind. Ihr selbst bekommt aber von den Alerts nichts mit. Und es wäre doch schön, wenn ihr genauso, wenn ihr am Stream seid, so wie ihr es kennt von zu Hause auch, von OBS, wenn ein Alert getriggert wird, dass ihr sowie der Zuschauer beide den Alert hören. Und ich zeige euch das jetzt einmal. Ich simuliere hier ein Alert von Tipee Free. Und es zeigt mir das Handy direkt an und liest es mir auch noch vor. Und ich habe hier einmal meinen Tipee Alerts. Und es ist auch egal, ob ihr gerade hier oder hier seid. Diese ganzen Browserquellen sind alle gleichzeitig aktiv. Wenn ihr dann dementsprechend ein Alert kriegt, wird euch jetzt angezeigt. Macht das Ganze hier nochmal. Und es ist auch relativ interaktiv. Wird mir sowohl am Handy als auch am OBS selber angezeigt. Und zudem wird mir das Ganze auch noch vorlesen. Das heißt, so habt ihr immer im Blick, was gerade bei euch auch wirklich passiert. Ich habe leider keine andere Möglichkeit gefunden, da ich das bei mir so habe, dass ich Stream Elements und Tipee Stream beides benutze und meine Donations über Tipee Stream laufen lasse und über Chatbots und sowas über Stream Elements laufen lasse, habe ich da dementsprechend zwei Alerts eingestellt. Das Geniale auch ist, wenn wir uns jetzt dieses weiter anschauen, wir haben nicht nur die Möglichkeit, dass wir hier das zweigeteilt haben, dass wir das hier ein bisschen größer machen können, dass wir hier das mit den Alerts hier auch oben haben können, den Twitch-Shit. Ich kann jetzt hier bei Android auch sagen, hey, ich will sogar noch eine App irgendwie am Laufen haben. Und ich will jetzt sogar noch irgendwie Firefox anmachen, damit ich jetzt hier auf meine BelaBox zugreifen kann und hier dann mein BelaBox Cloud Service dann hier schließen, aufmachen und darauf zugreifen und sehe dann die Internetseite von der BelaBox Cloud und kann hier dann eben mein Jets Nano steuern und auch eben schnell wieder das Ganze minimieren und das alles in einem Fenster. Ich habe das leider auf iPhone nicht hingekriegt. Das gibt euch die ultimative Möglichkeit, bei der besten Streaming-Qualität euer IHL-Streaming-Setup aufzubauen. Aber jetzt kommt das Ganze große, ja, wenn ihr unterwegs seid, jetzt kommt das, wo ich mir selber unheimlich viel noch Mühe gemacht habe, wie ihr denn nämlich jetzt euren PC zu Hause vernünftig steuern könnt. Und ja, viele haben da rumgedruckt, sie hatten da keine richtige Lösung und ich wollte eine Lösung haben, wo man in der Lage ist, seinen kompletten PC richtig zu steuern und OBS natürlich richtig zu steuern. Dass ich nicht nur darauf angewiesen bin, über SRT-Loopy zu sagen, hey, ich habe ein oder die andere Szene und wechsel da jetzt hin und her und sonst gar nichts, sondern ich möchte komplett frei jede einzelne Szene, die ich bei OBS eingestellt habe, ansteuern können. Ich möchte jedes Programm, das ich am Rechner gerade laufen habe, aus- und einstalten können. Ich möchte OBS starten können, OBS den Stream starten können, je nachdem. Und da gibt es eine Lösung und zwar mit zwei Programmen, und zwar mit Streamer-Bot und Auto-Hotkey. Mit Streamer-Bot könnt ihr euch das alles so einrichten, dass ihr mit Chat-Befehlen bei Twitch bestimmte Sachen triggern könnt. Zum Beispiel könnt ihr bei Streamer-Bot einstellen, dass wenn ihr ein Befehl eingibt, zum Beispiel, ich habe diesen Befehl selber definiert, der Befehl lautet Ausrufezeichen, und wenn ich Ausrufezeichen was bei mir in den Twitch-Chat eingebe und Enter drücke, wird ein Ton abgespielt, wo dementsprechend aus einem Film, wo das ein ziemlich lustiger Film war und dann das eben so ein Witz geworden ist, dass die Leute immer so was gesagt haben und so können dann die Zuschauer und ich bei mir im Chat durch diesen Befehl einen Ton triggern auf meinem Heimrechner. Und jetzt kann ich auf meinem Heimrechner durch diese Chat-Befehle, die ich durch Streamer-Bot einstelle, wie gesagt, das ist nur ein Guide, wo ich euch da so grob einmal durchführe. Streamer-Bot müsst ihr jetzt natürlich einzeln einstellen und ihr müsst bei Streamer-Bot einstellen, wie das Ganze aussieht. Ihr müsst einstellen, dass ihr eine Aktion setzt und für diese Aktion dann eine Sub-Aktion setzt, in der dann festgelegt wird, dass eine bestimmte Sache gemacht wird, wie zum Beispiel ein Ton abgespielt wird, zu einer Szene bei OBS gewechselt wird, dass ein Programm beendet wird, gestartet wird, je nachdem. Und ihr könnt sogar auch Dateien hin und her kopieren mit den Sachen, überhaupt gar kein Problem. Wenn ihr dann diesen Befehl definiert habt, den Streamer-Bot machen soll, könnt ihr dann einen Chat-Command bei Streamer-Bot definieren und sagen, hey, ich möchte, dass der Befehl Ausrufezeichen XY das und das macht. Und dann könnt ihr hingehen, den Befehl eingeben, Ausrufezeichen XY, dann in der Leiste auswählen. Das soll dann die und die Aktion, die wir gerade eingestellt haben, machen. Und dann können wir auswählen, ob alle die Berechtigung haben sollen, diesen Befehl ausführen zu können oder nur bestimmte Leute. Ich habe zum Beispiel bestimmte Befehle, die möchte ich gar nicht, dass andere Leute in der Lage sind, diese Befehle zu triggern. Und da habe ich dann das so eingestellt, dass nur ich in der Lage bin, diesen Befehl zu triggern. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ausrufezeichen dreimal, war das oder zweimal, dann wird das nochmal abgespielt. Ein anderes Was-Zeichen, wenn ich zum Beispiel Ausrufezeichen RedHawk eingebe, dann kommt das können bei mir alle Leute und den Chat-Triggern. Ich kann jetzt zum Beispiel aber auch die Szene wechseln. Das möchte ich nicht, dass das alle können. Und wenn ich zum Beispiel Ausrufezeichen GoPro eingebe, dann wird die Szene direkt zu GoPro gewechselt. Und ich habe jetzt hier so nochmal in Kleiner meine Kamera eingestellt. Und hier hinter wäre jetzt zum Beispiel meine GoPro. Und die habe ich jetzt gerade nicht eingeschaltet. Und da könntet ihr das Bild eigentlich sehen, wenn die Kamera am Laufen wäre. Ich kann jetzt aber auch sagen, ich möchte so Intro wechseln. Und das kann ich alles mit Chat-Befehlen triggern. Also das heißt, ich habe das jetzt gerade in meiner Tastatur eingeben, weil es für mich ein bisschen einfacher ist. Aber wenn ich on the fly unterwegs bin, also ich laufe gerade irgendwo unterwegs, dann kann ich einfach hier in meinen Chat reingehen, meinen Chat öffnen und meine Tastatur hier eintippen. Zum Beispiel Ausrufezeichen L-R-O-O-M und dann kommt der Sound von One Piece Loom und ich kann auch zum Beispiel Ausrufezeichen eingeben. Na komm schon. So. Wenn man da das Handy so liegen hat, ist das ein bisschen komisch. Ausrufezeichen Shumbles. Und dann läuft Shumble. Wenn ich die Befehle bei mir in meiner Chat-Tastatur hier einmal schon mal eingegeben habe und hier Ausrufezeichen eingebe, dann kommen alle Befehle hier, dann kann ich die Schnelle auswählen und relativ schnell triggern, wenn ich in einer Stream-Session gerade drin bin. Das Schöne daran ist, ich kann auch hier komplett Programme starten und beenden. Das Problem dabei ist, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, weil ihr könnt hingehen und in Streamer Bot einstellen, dass anstatt eines bestimmten Tones ein bestimmter Hotkey getriggert wird. Da könnt ihr sagen, hey, wenn ich jetzt Ausrufezeichen GoPro oder wenn ich jetzt sage Ausrufezeichen Kill OBS, das OBS, das Programm hat sich gerade aufgegangen und ich möchte, dass OBS beendet wird. Dann muss ich Ausrufezeichen Kill OBS in den Chat eingeben. Das triggert dann beim Streamer-Bot, dass ich eingestellt habe, dass ein bestimmter Hotkey auf meiner Tastatur gedrückt wird. Wenn dieser Hotkey dann gedrückt wird, kann ich durch ein Programm, das nennt sich Auto-Hotkey, einstellen, dass mittels eines bestimmten Skriptes bestimmte Aufgaben erledigt werden. Und innerhalb dieses Skriptes kann ich dann alles wirklich so viele Sachen am PC definieren, Daten hin und her kopieren, Programme starten, beenden, Maus hin und her bewegen, die Möglichkeiten sind praktisch unendlich, denn es ist zwar sehr, sehr einfach bei Windows mit Hotkeys Programme zu starten, aber nicht so leicht mit Hotkeys Programme zu beenden. Dafür braucht ihr Auto-Hotkey, können nämlich ohne Auto-Hotkey und ohne diese Skripts keine Programme beenden. Wenn ihr ein Programm starten wollt, sieht das lächerlich einfach aus. Ihr müsst wirklich nur auf das Programm gehen, wie zum Beispiel OBS, dann geht ihr auf Rechtsklick und Eigenschaften und könnt dann hier bei Eigenschaften eine Tastenkombination festlegen, die ihr drückt, um das Programm zu starten. Und schon habt ihr eine Tastenkombination, schon könnt ihr bei Streamerboard einstellen, drücke diese Tastenkombination bei der Aktion und dann einstellen bei diesem Chat-Command wird diese Aktion getriggert und schon könnt ihr mit eurem Twitch-Chat, indem ihr bei eurem Twitch-Chat Ausrufezeichen XY eingebt, was auch immer triggern und steuern an eurem PC und das gibt euch die ultimative Kontrolle, die ihr eigentlich nur haben könnt, weil, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr nur euer Handy zur Verfügung habt, wenn eure Internet-Verbindung schlecht ist, dann wollt ihr nicht da in eurem Handy irgendwie Team-Viewer anmachen und dann da auf Teufel kommen raus irgendwie versuchen auf diesem kleinen Display euren PC zu steuern und dann eurem Maus und das ist totale Katastrophe und ihr wollt eigentlich, wenn ihr am Stream seid und da bestimmte Vorfälle, bestimmte Szenarien auf euch zukommen, dann ist euch eigentlich klar, was wie wo gemacht werden muss, welche Maustaste wo gedruckt werden muss, was getriggert werden muss, welches Programm am Laufen ist, was passiert, wenn dieses Programm nicht funktioniert und wie ihr dann das beenden und neu starten, das ist euch als Streamer klar, ihr müsst nur in der Lage sein, diese Schalter eben kurz ein- und ausschalten und es ist da nicht wirklich sinnhaft und vorteilhaft wenn ihr unterwegs seid, dass ihr dann wenn ihr sowieso Bild und Ton über eure Kamera übertragen müsst, noch mal Bild und Ton von eurem PC downloaden müsst, während ihr sowieso euren Monitor am Laufen habt, wo ihr mitkriegt, was mit dem Türen ihr verbraucht doppelt und dreifach Daten und das muss alles nicht sein und ihr könnt dann wirklich mit einem kleinen Twitch Befehl einfach euren kompletten PC steuern also dieses Skript ist nicht wirklich schwer das könnt ihr relativ leicht lernen so sieht das ganze hier aus ob es zu beenden also das heißt wir haben hier einmal das dach das ausrufezeichen z und doppelpunkt doppelpunkt das bedeutet wir drücken das ausrufezeichen dieses dach steht für steuerung das ausrufezeichen steht für alt wir drücken steuerung alt z ganz einfach wir könnten jetzt hier auch bei z zwei oder drei oder a b c was auch immer hinschreiben doppelpunkt steht einfach nur dass die tastenkombination beendet ist also werdet ihr effektiv in zukunft wenn ihr das skript modifiziert nur hier eine sache meistens ändern das ist dann der buchstabe der hier steht und das war es dann den befehl was ihr dann wie machen müsst müsst ihr euch dann dementsprechend immer selber raussuchen hier habt ihr schon mal ein beispiel um mein programm zu beenden das heißt dann einfach process comma close comma und dann wie das programm heißt das heißt ihr müsst immer das programm in dem dateifahrt öffnen und wenn ihr jetzt irgendwo dann zum beispiel obs dann habt ich habe hier wird mir angezeigt wo das programm ist und wie das programm heißt da gehe ich einfach nur auf rechts klick auf umbenennen und drückt dann steuerung a um das mit endung also obs 64 punkt excel zu markieren drückt dann steuerung c um das zu kopieren und fügt dann den namen des programms hinter einem leerzeichen einfach hier ein und schon wird wenn das programm am laufend ist durch diesen befehl das programm beendet return heißt dann einfach nur dass der befehl beendet ist das ganze wird dann einfach nur abgespeichert und das ist ein auto hotkey script kein normale text datei sondern ein auto hotkey script ich habe hier auf meinem ich euch das einmal kurz ich habe hier ein paar auto hot scripts angelegt und ich mache euch das mal ein bisschen größer und ich habe jetzt hier 12345678 scripts angelegt und da kommt immer mal wieder was dazu wieder hat man mal eine idee was man da irgendwie machen könnte damit ihr dann diese auto hotkey scripts starten könnt müssen die scripts in dem auto start ordner von eurem windows liegen das heißt lokalisiert den auto start ordner am besten packt ihr euch den in den schnell zugriff rein und packt dann den script wenn er fertig ist einfach hier rein genauso wie auto hotkey das auto hotkey direkt bei system start gestartet wird und startet auto hotkey auch als administrator und schaltet auch die windows administrator abfrage aus ihr müsst diese sicherheits abfrage ausschalten weil sonst kann auto hotkey nicht als administrator starten weil jedes mal diese abfrage kommt und dann können die auto hotkeys nämlich nicht ausgeführt werden bei system start und ihr wollt ja wenn euer system hoch fährt dass direkt diese befehle verfügbar sind und ihr euer system aus der ferne fernsteuern könnt ich zeige euch jetzt einige befehle die ich jetzt für mich so heraus kristallisiert haben erstmal am anfang so und das sind die befehle die sich bei mir jetzt schon mal heraus kristallisiert haben das ist schon einige dazugekommen und das dauert schon ganz schön lange die befehle alle aufzusetzen und einzustellen also ich habe ein befehl da mein obs irgendwie buggy ist defekt keine ahnung mein windcapture audio funktioniert nicht richtig und ich muss es jedes mal neu installieren damit mein windcapture audio vernünftig die audio quellen aus den jeweiligen audio quellen die ich eingestellt habe beispielsweise die jeweiligen programme wie discord oder opera oder wie auch immer wird der ton halt nicht benötigt übertragen und deswegen muss ich windcapture audio jedes mal neu installieren und dafür habe ich mir ein befehl zurecht gelegt der nennt sich ausrufe zeichen bin auf klein geschrieben werden nicht groß und dann werden halt einfach nur die daten für windcapture audio von a nach b kopiert und das macht auto hotkey script völlig automatisch nur mit dem befehl winau mit srt loopy starte ich srt loopy wenn ich das brauche um meine szene automatisch wechseln zu lassen mit ausrufe zeichen obs starte obs mit kill obs beende obs und mit ausrufe zeichen kill srt loopy beende ich srt loopy mit ausrufe zeichen start stream kann ich den stream starten mit ausrufe zeichen end stream kann ich den stream beenden mit ausrufe zeichen start record also rack kann ich eine aufnahme starten mit stop rack kann ich die aufnahme beenden also aufrufe zeichen werde ich wechseln kann und genau diese taste dass ich die kamera wechseln kann kann ich dann mit kmsw triggern und zum beispiel wenn ich unterwegs bin von unterwegs aus zu gucken mit meinen kameras ob alles in ordnung ist könnte ich ja die kameras auf ihre position stellen und dann dementsprechend durch wechseln auf countdown kann ich zur countdown szene wechseln auf intro zu intro szene auf outro zu outro szene auf leer zu leer weil manchmal will ich ja auch dass eventuell vielleicht was während ich beim eil streaming unterwegs bin ich hab mir eigentlich dazu gedacht da eine toilettenszene eigentlich zu machen weil ich will ja auch während ich im streaming bin auf die toilette gehen und ja möchte da natürlich ich nicht dass mein mikrofon oder die kamera dann in dem moment gezeigt werden vielleicht müsste ich dann nochmal eine szene für toilette machen und dass dann irgendwie so eine witzige szene gezeigt wird erstellen ansonsten kann ich mich auch aus befehl befehl ausrufzeichen reboot und ausrufzeichen shutdown um halt einfach mein pc herunterzufahren oder neu zu starten und die twitch befehle die können eigentlich alle leute triggern die befehle bis bis hierhin die ich jetzt aufgezählt habe kann nur ich triggern und die twitch befehle die können alle leute triggern das sind halt meistens sound befehle um irgendwelche sounds abzuspielen oder halt ein clip zu erstellen da werden nach und nach immer mehr und mehr befehle dazu kommen das ist halt einfach so und irgendwann habt ihr so viele befehle aufgesetzt dass ihr denkt oh mein gott ich will nie wieder mein pc neu aufsetzen müssen und das alles nochmal neu irgendwie einstellen müssen oh mein gott so das wäre dann mein streaming rucksack den ich wo ich dann in Jetson Nano alles untergebracht haben das ist schon der neue der beim schneider war der alte der durchgelutschte der hier habe ich schon seit über drüben jahren gehabt das war das alte modell und da hatte ich dann einfach bei der tasche gemerkt das ist was ist einfach die richtige tasche aber die ist halt alt und ausgelutscht und deswegen kommt die weg und die neue tasche ist dafür da und die tasche ist folgendermaßen aufgebaut wie ihr sehen könnt habt ihr hier vorne schon ein reißverschluss und eine lasche diese lasche kann man komplett umklappen und hat dann hier drunter noch eine vernünftige große tasche die man aufmachen kann ein großes fach und hier in diesem großen fach haben wir noch einen kleinen reißverschluss wir könnten hier ein handy oder keine ahnung irgendwelche sachen unterbringen wie wir das halt nützlich finden ich habe hier in diesem fach das sieht man sogar hier echt kaum weil das so gut untergebracht ist hier an der seite mein hdmi kabel hier so herum um den rucksack und das hdmi kabel kommt dann hier an der stelle raus und ich zeige euch das mal nah in die kamera ich habe hier solche kopfhörer die habe ich extra aus dem internet besucht und beim schneider einnähen lassen dass ich hier überall immer meine kabel vernünftig durchführen kann und das kommt jetzt hier aus dem inneren das hdmi kabel hier raus und geht dann zur kamera und die hdmi kabel gehen sind hier im inneren rumherum und geben von dem inneren aus nach hier oben wo der Jetson Nano dann drin ist der Jetson Nano ist hier in dieser Lasche drin so und die Idee die ich halt im vorigen Rucksack hatte hier den Reißverschluss einfach an der stelle hier aufmachen und hier war ein ganz kleines fach das ging nur bis hier hin bis zu dieser Linie hier ungefähr und da habe ich mir so gedacht ja wenn man jetzt hier diese Tasche einfach aufschneiden würde dann könnte man hier ein riesiges Fach da würde der Jetson Nano reinpassen das Problem war nur hinten war bei der alten Tasche einfach richtiger Stoff und das passt wegen der Belüftung nicht und dann habe ich mir gedacht wäre doch klasse wenn man hier das sieht man jetzt hier vielleicht in der Kamera ein bisschen schlecht das ist Netzstoff und das ist komplett luftdurchlässig also wie gesagt richtig Netzstoff richtig Löcher drin und vielleicht könnt ihr den Jetson Nano so ein bisschen durchschimmern sehen ähm ich werde es gleich nochmal von der anderen Seite zeigen und hier ist noch ein kleines also hier wurde einfach ein Netzstoff von der Seite aus angenäht und von dieser Seite aus wurde einfach wie ihr das sehen könnt ein Schlitz gemacht und hier ist ein weiterer Reißverschluss drin hier ist ein zweiter Reißverschluss drin und in diesem zweiten Reißverschluss dann ist der Jetson Nano drin da kann ich dann reingreifen und kann dann komplett den Jetson Nano da rein und rausholen ähm und wenn ich das jetzt umklappe gehen halt wie gesagt die Kabel von dem Schlitz aus hier in diese Löcher rein von diesem Loch aus in dieses weitere Fach aus und hier sind nochmal zwei Löcher hier und zwei Löcher da oben die sieht man jetzt ein bisschen schlechter und ähm wenn ich das jetzt hier einmal zumache umklappen dann habe ich hier noch zwei große riesige Fächer das ist eigentlich eine Schultasche sozusagen und ähm mir hätte ich dann noch wichtige große Fächer und hier habe ich auch nochmal einen Reißverschluss und hier kommen dann in diese Tasche vorne kommen dann wenn ich unterwegs bin die Powerbanks rein und ähm hier habe ich dann zum Beispiel auch meinen Router drin die Gigacube und ähm von hier aus gehen dann die ganzen Kabel nach vorne rechts und hier und ich habe das nicht irgendwo scheiße untergepackt sondern ich habe das alles vernünftig das ist ein bisschen schwer so und ähm habe nicht die Kabel ich habe jetzt ein ganz normales Stromkabel an der Gigacube drin weil ich die Tasche momentan in meinem Hof verwende um zur Zeit meinen Küchenblock aufzunehmen ähm aber normalerweise wird dieses Stromkabel dann auch dementsprechend durch ein USB-C Kabel ersetzt dann kommt vom Gigacube aus ein USB-C Kabel direkt in die Powerbank von der Powerbank aus über die Kabelkanäle hier äh zum Jetson Nano und wenn ich dann alles dementsprechend verstaut habe 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 ich diesen ganzen Gedöns quasi hier vorne im Taschenbereich untergebracht und ich habe noch die eigentlichen drei riesigen Fächer hier und ich mache mal das andere Fach auch auf hier komplett noch frei hier könnte ich noch keine Ahnung Bücherhefte keine Ahnung was auch immer trinken essen Nintendo Switch wie auch immer alles reinpacken und habe hier genügend Platz ich habe hier sogar noch mal eine extra kleine Tasche mit einem kleinen Reißverschluss nochmal als Geldfach sozusagen und die Tasche ist ultra bequem die es sehr stark ausgefolgt hat ich habe mir die grün ausgesucht weil ich das schön fand die gibt es auch natürlich auch noch in anderen Farben wer die in anderen Farben haben will und wie gesagt das HDMI Kabel so sieht das dann von vorne aus hier hängt meine GoPro dann einfach an einem Schulter Gurt befestigt hier an der Lasche da drunter ein JBL Lautsprecher damit ich meine Alerts mitkriege dann mein Handy als Monitor dass ich die Kommentare mitkriege ich kann auch die Kommentare per Lautsprecher wiedergeben dann brauche ich gar nicht auf den Monitor gucken und ich habe halt hier echt stark ausgepolsterte Rücken ich weiß gar nicht wie die heißen hier Schulter-Straps wie auch immer und nochmal hier richtig stark ausgepolsterte Rückenpolster das muss ich mal so in die Kamera halten dass man das richtig sehen kann und die Tasche kostet 70 Euro das ist auch von der Marke Chiemsee also eine ordentliche Marke ich habe hier wie sieht man es ich habe mir ich hatte den Rucksack mal damals irgendwie als Schulrucksack gehabt oder so da hatte mir das schon total gefallen der ist auch von der Größe her nicht zu groß nicht zu klein passt mega viel unter da war ich von dem Aufbau einfach komplett zufrieden da hatte ich mich nochmal nach der Tasche umgesehen und da was gefunden und wie ihr sehen könnt ist da alles dementsprechend vernünftig untergebracht ich kann den Jetson Nano hier auch nochmal vernünftig festmachen dann gehen die Laschen nirgendwo geht das hier nirgendwo hin und das wichtigste in der Tasche ist ich habe jetzt natürlich diese Tasche so wenn sie jetzt zu ist super safe kann hier natürlich lieber auch meine Trinkflasche hier in dem Netzstoff unterbringen wie ihr das von allen typischen Taschen kennt und das wichtigste jetzt hier an diesen Sachen ist natürlich habe ich das jetzt so von oben imprägniert mit Imprägnierspray das reicht aber natürlich nicht wenn man richtig krass unterwegs ist das geilste an dieser Tasche ist weil es da auch irgendwo eine stinknormale Schultasche ist ihr habt hier ein Fach und könnt hier jetzt eine richtige Folie rausholen diese Folie könntet ihr bei ganz ganz starken Gewitter über diese Tasche hier spannen ich mach das mal eben so und dann ist diese Tasche auch bei ganz starken Gewittern geschützt wenn ihr unterwegs seid kann ja mal immer wieder mal passieren dass ihr unterwegs seid und dass ein sehr sehr starkes Gewitter gerade losgeht und da würde normaler also die meisten EIS-Streamer laufen mit so einem Mesh-Bag rum also mit so einem Rucksack der nur aus Netzstoff besteht wo man komplett reingucken kann wenn es da aber anfängt zu regnen seid ihr ganz schön gearscht so könnt ihr zumindest immer noch sagen hey je nachdem ob es warm oder kalt ist wenn es kalt ist dann könnt ihr den Jetson Nano auch so das ist belüftet genug das kann hier an den Seiten immer noch die warme Luft raus so und wenn ihr so unterwegs seid dass die Tasche so dann ist da genug Belüftung bei ihr könnt dann jederzeit nach dem Regen direkt wieder den Stoff hier reinpacken und das ist einfach rundherum die Tasche finde ich für EIS-Streamer da passt genügend rein dass man genügend Unterkriegt und man hat nicht in irgendeiner Weise großartig Probleme das ist einfach die ideale Tasche die werde ich euch nochmal verlinken folgende Informationen noch für die die das jetzt sich interessiert wie die Kosten hier sich belaufen also der Rucksack der hat 70 Euro gekostet dann habe ich den jetzt für insgesamt 75 Euro noch umschneidern lassen ganz schön happiger Preis da war ich selber ein bisschen aber naja der Jetson Nano hat 200 Euro gekostet dann ESG Karte dazu Gehäuse dazu Kabel dazu bist du beim Jetson Nano ungefähr so bei 350 Euro dann brauchst du da noch ein Family der kostet auch nochmal 100 Euro und die GoPro Hero 10 die ich hier habe mit Media Mod und Akkus und so weiter und so fort die hat auch nochmal ca. 800 Euro gekostet und der JBL Lautsprecher der kostet euch auch nochmal ungefähr 50-60 Euro ja dann beläuft sich das je nachdem ich sag mal ich berechne mit einer Kamera nur für 300 Euro dann seid ihr hier auch mit einem anderen Rucksack jetzt nicht mit diesem Rucksack oder so dann seid ihr jetzt sag ich mal nur mit einer Kamera für 300 Euro nur mit einem Jetson Nano für ca. 300 Euro oder je nachdem was für den Zubehörer ihr euch da holt 400 Euro mit der Elgato Camming dazu dann seid ihr schon bei ca. 650 Euro Minimum wie euch das das Ganze kostet das geht dann natürlich je nach Bedürfnissen aufwärts was ihr dann da exakt haben möchtet und so sieht das Ganze aus so bin ich unterwegs und ich wünsche euch viel Erfolg dabei das Ganze nachzustellen wenn ihr euch das nachbauen möchtet oder nachstellen möchtet falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt wie das Ganze funktioniert kommt gerne in meinen Discord Server ich habe extra einen Channel dafür erstellt der nennt sich IRL Streaming da könnt ihr eure Fragen immer dazu stellen und ich werde mir dann Zeit nehmen euch zu erklären nochmal wie das im Metall funktioniert weil es irgendwas nicht klar sein sollte das heißt jetzt konkret ihr braucht den Jetson Nano in der 4 GB Version oder in der 2 GB Version dann braucht ihr eine sehr sehr starke Powerbank ich kann euch die hier von Vega empfehlen die hat 30.000 Milliampere die hat 3 USB-A Anschlüsse einer davon ist in der Lage 3 Ampere zu liefern und die hat ein USB-C Anschluss an der Seite und ein Micro-USB-C Anschluss noch hier an der Seite also insgesamt 5 Anschlüsse und der Micro-USB-C der kann nicht verwendet werden um damit Sachen zu laden also alle Ausgänge funktionieren hier sowohl ein- und als Ausgänge nur dieser Anschluss hier nicht dann braucht ihr noch eine Kamera und zwar in meinem Fall nutze ich die GoPro Hero 10 mit Media Mod und Volta Griff und ich kann euch diese Kamera nur empfehlen das ist wirklich eine Top Kamera wer mehr investieren möchte kann das natürlich machen ihr könnt jede Kamera die ein HDMI Out hat mit dem Jetson Nano verbinden das heißt auch eine 20.000 Euro Schulter Kamera von Sony oder wie auch immer ihr könnt aber auch eine ganz normale Action Cam für 50 Euro die ein HDMI Out hat mit dem Jetson Nano verbinden und dementsprechend da der Jetson Nano wirklich kostengünstig ist die Kamera auch eine individuelle Sache ist sag ich mal mit einer Kamera die 300 Euro kostet und das wäre die Sony XR die sehr in dem Bereich gerne als Schulterkamera genutzt wird die mit der Kamera und mit dem Jetson Nano würdet ihr ungefähr 650 Euro für dieses Setup ausgeben und hättet dann monatliche Kosten von dem LTE Streaming Service sowie der Betabox Cloud von 10 Euro wobei ich euch aber nicht empfehlen kann ausdrücklich in den Discord von Racial IEL zu gehen und in irgendeiner Weise eigentlich diesen Cloud Service von Racial IEL zu nutzen weil Racial IEL ist höchst unprofessionell ihr braucht da nicht irgendwie glauben dass ihr auf seinen Discord Server gehen könnt und da irgendwie eure Fragen stellen könnt ihr werdet wahrscheinlich eher gebannt wenn ihr da zu viele Fragen stellt weil er das ziemlich nervig findet wenn ihm Fragen gestellt werden wie dieses ganze Setup funktioniert also der ist da ganz schön hochnäsig wenn die Sachen nicht so verstanden werden wie er das in seinem Tutorials erklärt hat dann hat man sozusagen Pech gehabt ich bin auf seinen Discord Server gegangen hab ihm da einige Fragen gestellt irgendwann hörte er im Finger dann mir an zu sagen ich soll aufhören den Discord Server zu spammen weil ich mich gerade mit jemandem da unterhalten hatte der mir meine Fragen beantwortet hatte und einige Zeit später, ein paar Tage später hatte ich dann nochmal eine andere Frage und hab dann aber vorher auch so gesagt viel vielen Dank für das Video Racial IEL was du hochgeladen hast und für alle Informationen die du so bisher hier so zur Verfügung gestellt hast und alles finde ich super alles toll ich bin da echt dankbar für in Germany würden wir sagen Ehrenmann dafür und was macht der der liest diese Nachricht und band mich dafür aus seinem Discord Server ich bin da nicht in der Lage gewesen von ihm herauszufinden wie man den Jetson Nano mit 4 GB korrekt mit Strom betreibt ich bin da extra nochmal in andere Discord Server reingegangen ich bin in ein Elektriker Forum reingegangen hab mich mit Elektronikern darüber unterhalten wie das Ganze jetzt genau am besten laufen und funktionieren sollte weil ich wollte da bloß keinen Fehler machen und den Computer irgendwie verbraten und ich finde das sehr sehr schade dass der Racial IEL mich bei der Frage wie ich das 4 GB Modell mit Strom betreibe da irgendwie dafür gewandt hat also obwohl man ihm da dankt deswegen absolut unprofessionelles Verhalten es war auch irgendwie nicht in Zukunft möglich da noch irgendwie mit ihm eine Lösung zuzufinden deswegen habe ich mich da auch entschieden da sehr sehr viele Leute Fragen zu diesem Setup haben wie das im Ganzen genau funktioniert da mal ein kleines Guide zusammenzustellen und auch mal mein Setup so wie ich das habe vorzustellen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt dann könnt ihr gerne bei meinem Discord Server vorbeikommen und eure Fragen stellen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal bei Custom Legends euer Gaming-Monodratus-Kanal Ciao, ciao!